Johannes Brühlmann, Olbendorfer Weg 70, USE 15436, 13403 Berlin, 2015, 23. Oktober. Herrn H. Therapeut, Station CMP, KMV Berlin, Deutschland. Sehr geehrter Herr H., Male infants have an LH-induced surge in serum testosterone concentrations during the first few months of life, which manifests as some growth of the penis. Isolated case reports suggest that the surge does not occur in CAIS, and this was confirmed in a study of 10 infants with CAIS who proved to have an AR mutation. Testosterone levels did increase after HCG stimulation in these patients. In contrast, infants with PAIS have a spontaneous neonatal surge. Such observations provide some insight into the control mechanism of HPG cyclicity, meint William Sacks' book of Endocrinology weiter, ohne allerdings diese Einsicht näher zu qualifizieren. Hier findet sich ein geradezu wunderbar, ein Wunder offenbart, welches ich einmal näher diskutieren möchte, nämlich das wohl lebenslang prägende Einschwingen der Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse, HPG, P steht für Pituitary. Das humane Chorion-Gonadotroporamon-HCG entstammt dem Trophoblast, also einem Teil der Mutter-Leibesfrucht-Schnittstelle, ein Wunder für sich, dass Chorion, zu dem auch die Leibesfrucht selber gerechnet wird. HCG besetzt denselben Rezeptor wie auch das luteinisierende Hormon LH. HCG übernimmt im Verlauf der Schwangerschaft die Steuerung des Geschlechtshormonhaushaltes, stimmt also Hormonbedarf von Mutter und Kind aufeinander ab. Der Trophoblast besteht aus Zellen von Mutter und Kind, teilweise sind zytisch verschmolzen, also mehrere Kerne in einer Zelle. LH ist ein Produkt der Hypophysen, dessen Schwesterhormon das FSH ist, Follikelstimulierendes Hormon, wirkt beim Mann auf die Sertoli-Zellen der Hoden, bei der Frau auf die TK-Zellen der Eierstöcke. LH wirkt auf die Leidigzellen der Testes, beziehungsweise die TK- und Granulosa-Zellen der Ovarien. Und TSH werden in der Hypophyse auf Anregung des Hypothalamus-Hormones GnRH produziert, Gonadotropes-Hormon, Freisetzungshormon. Im Organismus des CAIS-Kindes Complete Androgen Insensitivity-Syndrom, im Allgemeinen basierend auf einer Mutation des Androgenrezeptors, die eine vollständige Unempfindlichkeit bezüglich der Anregung durch Testosteron zufolge hat. Fehlte der in den ersten Monaten des Extra-Uterin-Lebens auftretende Anstieg des Testosterons. Testosteronproduktion durch die Leidigzellen der männlichen Keimdrüsen lässt sich jedoch durch die künstliche Zufuhr von HCG provozieren. Dies beweist, dass dem CAIS das LH der Hypophyse fehlt. CAIS bedeutet das Fehlen einer Reaktion auf Testosteron in allen Geweben des Körpers, also auch im Gehirn, auch im Hypothalamus, der ja GnRH nach der Hypophyse abgeben sollte. Scheinbar paradoxerweise besteht jedoch normalerweise ein negativer Rückkopplungseffekt des Testosterons bezüglich LH, was wohl auch sinnvoll ist. Je höher der Erfolgshormonspiegel ist, desto schwächer sollte die Anregung seiner Freisetzung sein. Trinkt das Testosteronsignal nicht bis zu den Freisetzungshormonen freisetzenden Zellen vor, weil der Rezeptor dysfunktional modiert ist, sollte also eigentlich eine unbeschränkte Produktion von Testosteron, angeregt durch LH, erfolgen. Des Rätsels Wunderbare Lösungen besteht in der GnRH-frequenzabhängig alternierenden Produktion von LH oder FSH durch die Hypophyse. Je nach Häufigkeit der stoßweisen Ausstüttung von GnRH setzt die Hypophyse entweder LH oder FSH frei. Dies führt bei der Frau zum Monatszyklus. Die ersten zwei Wochen arbeitet der Hypothalamus eher langsam. Etwa alle drei Stunden wird GnRH nach der Hypophyse ausgeschüttet, mit der Folge eines Abfalls des LH-Spiegels im Serum zugunsten des FSH-Spiegels. In den etwa zwei Wochen vor der Monatsblutung steigt die Frequenz auf einen Puls pro Stunde. FSH nimmt ab, damit LH wachsen kann. Kommt es zu einer Schwangerschaft, also der Bildung des Trophoblasts, sozusagen der runde Tisch, an dem Mutter und Kind die Hormonverteilung ausdiskutieren, übernimmt HCG, Humanis Choreogonadotrophus Hormon, die Funktion von LH. Mutter und Kind haben sich sozusagen auf einen Versuch der Schwangerschaft geeinigt. Andernfalls geht es nach einer Pause weiter mit dem Zyklus. Östrogen und Progesteron folgen FSH und LH entsprechend aufeinanderfolgen der Proliferation und Differenzierung der Plazenta. Bei Mannen nun folgt auf eine LH-stimulierte Testosteronausschüttung der Leitigzellen die FSH-regulierte Produktion von Spermien in den Testosteron-stimulierten Sertulizellen des Hodens. Zunächst Teilung der KM-Zelle mit unverändert zurückbleibender Mutterzelle und anschließende Reifung der Tochterzelle zum Spermium. Hierzu muss jeweils eine Mindestfrequenz des GnRH-Pulses erreicht werden. Dies geschieht offensichtlich nicht, wenn der Hypothalamus nicht auf Testosteron reagieren kann. Testosteron ist also auch im Gehirn ein Stimulant. Bezüglich des GnRH-ausschüttenden Hypothalamus ist der Gegenspieler des Testosterons das Inhibin. Inhibin wird parallel folgend dem Leitigzell-produzierten Testosteron von der Testosteron-stimulierten Spermien-produzierenden Sertulizelle ausgeschüttet, ist also die Rückmeldung der Keimdrüse und an das Gehirn Testosteron läuft, ist demnach das GnRH-Pulsfrequenz-mindernde Hormon der Keimdrüse. Geht das Testosteron aus, fällt der GnRH-Pulsfrequenz anregende Teil fort, aber auch der frequenzmindernde Einfluss des Inhibins. Insofern ist die Spermien-Produktion bzw. der Testosteronspiegel des Mannes höher bestimmt, also von höheren Bereichen des Gehirns, die Reize der Umwelt in zweiter Instanz zu erarbeiten und über Verbindungen mit dem Hypothalamus verfügen. Seepferdchen-Bereich, Hippocampus etc. Grundvoraussetzung der männlichen Fruchtbarkeit ist jedoch das anfängliche Einschwingen der Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse, die ja eigentlich ein zweimaschiges Netz ist, vorwärts LH und FSH, rückwärts Testosteron und Inhibin, zusammengehalten von GnRH. Die Umwelt in den wenigen postnatalen Monaten des vorübergehenden Testosteronanstiegs bestimmt die postnatale Reifung der Keimdrüse. Mit anderen Worten, eine liebevolle Mutter, die zudem hormonale Interruptoren, chemische Stoffe, die das Testosteronsignal abschwächen, auf den Testosteron-Rezeptor eine antagonistische Wirkung ausüben. Um Kinder fernhält, also ihr Kind säugt, statt es mit Weichmacher-Plastikflaschen zu nähren, darf sich auf reichlich Enkelkinder freuen. Viele Nachkommen, die zudem auch nett zu ihren Eltern sind. Siehe zum Beispiel Yao, J.A., Olsen, T., Morris, R.G., et.l., Glucocorticoids, Hippocampal, Glucocorticoid Receptor, Gene Expressant and Antidepressant Treatment, Relationship with Spatial Learning in Young and Aged Rats, Neuroscience, 1995, 76, Jahrgang, 521 bis 581, mit freundlichen Grüßen.